Wir können ja mal langsam reinsteigen. Ich habe eins und zwar Fails in the Wild. Ich weiß, wir haben bei den Fail-Videos in der Vergangenheit nicht immer Glück gehabt hier. Die Army-Fails, aber hier ist tatsächlich, ich glaube, sehr coole Videos aus dem Outdoor-Bereich. So, Fails in the Wild. Funny Wilderness Moments caught in 4K, ja. Ich bin gespannt. Sagt, wenn es zu laut oder zu leid ist. Das geht schief. Das komme ich gar nicht so ungefährlich. Wisst ihr, wer weiß von euch, was das für ein Tier ist? Wer weiß das von euch? Nein, keine Gams. Nein, 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 keine Gams. Ein Jack auch nicht. Bergziege, ja, Oma Spaner, ich triffe das schon richtig. Ein Jack nicht, ein Jack ist deutlich kleiner. Ein Mittagessen, nein. Schneeziege, Steinbock nicht. Steinbock hat hier oben ein großes und das sind, die sind vor allem hier in Kanada zu Hause, Alaska. In Höhlen und Kraxeln da rum. Ja, ich, nee, Steinbock hat nur eins. Nein, Steinbock hat natürlich auch zwei. Da müssen wir googeln. Die sehen manchmal aus wie Yetis. Wie Yetis. Wunderschöne Tiere. Na, die Mama hat, glaube ich, keinen Bock. Ja. Was soll da? Wels hochholen, glaube ich, ne? Ja, Catfish ist Wels. Oh, er ist aber entspannt mit der Hand dran. Ja, okay, das wäre was für Knossi. Der war doch jetzt in Florida gewesen. Oh nein, das gute Kajak. Er hat funktioniert. Er hat fast funktioniert. Das würde ich gerne mal können. Axt werfen. Also, ich muss vielleicht mal so einen Kurs besuchen. Das... Er hat selber Schuld beim Pferd. Okay, da ist irgendwie ein Teich abgelassen oder sowas mit dem Schlamm. Nicht ungefährlich, ne? Der klaut die Anker. Wie cool ist das? Wie cool war das denn? Das Krokodil klaut oder der Alligator. Oh nein. Einen schönen Hund hier und Mann hier nur, aber Glück ja. Wer kennt das von euch? Ich bin früher auch mal viel Motorrad gefahren. Paar auch noch ab und zu. Auf dem Land groß geworden und da gab es dann immer, hatte irgendwer so eine alte Motocross-Maschine. Und immer jemand, der das noch nicht fahren konnte. Sich drauf gesetzt hat und Gas gegeben. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Genau das. Aber sie ist gut abgestiegen wieder. Okay, Kleider hier. Das wollte ich auch mal machen. Vielleicht schon springen kann ich aber... Ja, wahrscheinlich ein gutes Film für ein schönes Foto, ne? Und alle klatschen. Für sowas ist Sebo der Profi. Den würde ich bei sowas immer rufen. Hab ich auch schon mal gefragt. Spring einfach mal den Football ins Stadion oder so. Ist das ein Wuchzelt? Ja. So, das kenn ich zu gut. Warte mal, wann habe ich eine Drohne eingegriffen? In Französisch Goyal mit Fritz habe ich in die Drohne folgenden André Regat reingegriffen. Ich sollte sie fangen, hatte Handschuhe an. Also war zum Glück nicht so schlimm. Okay, zum Glück hat der Licht. Schönes Wildwasserkajak hier. Jawoll. Warum ist denn ein Berg darunter? Warum ist denn ein Berg darunter? Aber nichts getan. ok schöne bieberburg also was ist schon lustig oder bienen schon mal vor da sitzt er im auto hat er einen sender oben der bär oder das könnte ich auch sein ja 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 Oh, f***! Hör mir mit der Saw! No! Careful, Steve! God, f***! Grab your things! Sehr trocken überhaupt! Ah! Okay. Wow. Oh, Gott! So, aber ist das eine Dreh? Was funktioniert bei Schwarzbären nicht? Die zu verjagen. Weil Schwarzbären hatte ich in Kanada öfter mal gehabt. Aber, ja. Keiner hat nicht angegriffen worden oder sowas. Uns wurde immer gesagt, laut sein im Wald. Glöckchen am Rucksack dran machen. Bärenspray dabei. Wir hatten immer nur ein Bärenspray dabei. Und auch irgendwie keine wilde Überraschung. Wo ist das Handy jetzt hin? In den See. Hunger! Okay. Außer wieder, welche Jungs? Schau! Oh, f***! Ja! Oh, mein Gott! Abgesoffen! Okay, dafür gibt es auch eine Geschichte von der Bundeswehr. Nicht ich! Außerweise nicht ich, aber ein... Eine Gruppe, übrigens ein Trupp bei mir aus dem Zug, haben genau das gemacht. Haben einen Wolf mal versenkt auf einem Übungsplatz. Ha 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 ha! Smile! Yo, smile! Yo, yo, yo! No more Mushmobles, man! Da fehlt ein Rad! Hey, das sieht aus wie ein Boot geht durch die Wände, Bro! Das ist so lustig! Ach, da fehlt ein Rad! Das ist schon krass! Auf ne Hängebrücke und die bricht durch. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da gibt es auch in Holland so einen Wettkampf, oder? Weil man immer so diese... Oh! Ja! Deswegen fahre ich kein Fahrrad im Wald. So schnell! Das fahre ich für zu schön! Oh nein! Ich bin okay! Hey! So, was haben wir hier? Ein Mink, oder was? Müsste das sein? Der klaut jetzt aus dem Fischreuse Fische. Zuck, 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 zuck! Wie schön! Er hat sich was zu essen gebracht, das finde ich gut. So, solltest du alles abbeutstellen? Ja Baby! Ja Baby! Ja Baby! Ja Baby! Waaaah! Waaaah! Du bist okay? Das Ding zieht nie bei. Der schöne Oldtimer. Boah, Glück gehabt. Oh, die hat sie überhaupt nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie überhaupt nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. Und hier kommt John. Jumping over a Dartmoor bog. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. Oh, die hat sie auch nicht so gut festhalten. so um reinzukommen herrlich